Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute das Game Slime Ranger, das es derzeit im Epic Launchpad kostenlos gibt. Genauso gibt es alle zwei bis vier Wochen im Epic Launchpad kostenlos ein neues Spiel. Alles weitere dazu könnt ihr euch im Epic Launchpad durchlesen und ja wir fangen auf jeden Fall einfach mal an und ja wir schauen was uns das alles hier so bringt. Oder wie das Spiel ist. Wähle ein Save Symbol. Ich nehme, nee kein Katzenvieh. Der sieht cool aus. Spielmodus Abenteurer. Lebe das Leben eines Slime Rangers und erkunde die Wunder der fernen Weite in deinem, die eigenen Tempo. Eine entspannte Version des Abenteuermodus ohne die Gefahr der Tearslimes. Ein Rennen gegen die Uhr um so viel New Bugs wie möglich zu verdienen. Nein, Abenteurer natürlich. So. Mal schauen wie das Game ist. Ich werde bloß eine Folge davon aufnehmen. Wenn es so einigermaßen gut ankommt, dann werde ich natürlich mehr davon auf YouTube bringen. Tausend Lichtjahre von der Erde entfernt. Auf einem Planeten bekannt als ferne, ferne Weite. Beginnt Beatrixler noch irgendwas. Okay. Ähm. Option. Nein. Das da. Vorwärts. Schießen. Ansaugen. Maus Mitte. Schockwelle. Oder Kuh. Ähm. Springen Leertaste. Springen Leertaste. Sprinten. Shift. Interagieren. E. Gut. Aha. Ich habe ein Slime. Was ist das? Ja. Und wo muss ich die hinschießen? Was ist das? Oh, okay. Ähm. Hohe Wände. Äh. Was mache ich denn damit? Ah. Cool. Was war mein Slime? Sehr interessant. Das Labor. Okay. Hier geht es nicht weiter. Ach du meine Güte. Ich sollte vielleicht nicht immer so schnell und hast dich, hast dich, hast dich, hast dich. äh, äh, umherrennen. Ein Hühnchen. Äh. Oh. Äh. Okay. Äh, trockenes Riff. Oh, Slimes. Oh, hier. Holy Macaroni. Ja, für den kurzen Cut muss ich mich entschuldigen. Ich habe gerade auf dem Festnetz einen Anruf bekommen. Deswegen leider der kurze Cut. Aber ich hoffe, er stört nicht. Äh. Du hast mir Slime. Wo kommen die denn her? Da hinten. Oh, ich kann keine mehr aufnehmen. So. Ernsthaft? Man nimmt eine Folge auf und man wird nur belästigt. So, tut 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 Interessante, was ich das auch immer brauchen werde. Ähm. Ich habe keine Ahnung. So, für was sind diese 18 Teile da gut? Ach, hier. Ah, so ist das. Okay, das ist mal recht interessant. Also bis jetzt gefällt mir das Game irgendwie. Eins, zwei, drei. Drei. Vier. Fünf. Was ist das? Okay. Ich habe einen Küken eingesaugt. Ja. Ähm. Das ist ein Geschenk, das hätte ich auch gerne. 18, 19 und 20. Ähm. Los, fress das Gelumpe. Fress das Gelumpe. Du bist viel. Hahaha. Das war cool. Gut. Wir gehen erstmal die Slimes wegschaffen. Da ist schon wieder dieses große Stachelteil, das will ich unbedingt haben. Oh. 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 Ja, ja, ja. Okay, für dieses blaue Ding krieg ich natürlich mal wieder nix. Oh, mein Herz ist Schleim. Ja, jetzt muss ich ja doch hier so ein Ding kaufen. Und natürlich noch mal ein Gehege. Ich habe keine Ahnung, für was das gut ist. Das wird sich bestimmt noch ausfinden mit der Zeit. Oha, was haben wir denn hier? So. So. Dann gibt es nix weiteres. Dann gehen wir mal hier hinten weiter. Äh, läuft. Äh, hau ab. Äh, äh. Äh, äh. Äh. Das war's für heute. Die Klinger sollen raus. Blödes Vieh. Dieses gesamte Höhensystem war durch einen Einbruch von allen abgeschnitten, als ich es das erste Mal entdeckt habe. Vielleicht sind die Karchen dort vorne deswegen so sauer. Die hatten Ewigkeiten nichts zu beißen, jedenfalls achte darauf, dass der langersehnte Biss nicht von deinem Körper stand. Bringe ein wenig Futter mit, um sie zu beruhigen. Deswegen will ich dort auch gar nicht rein. Okay. Das ist ein bisschen ein Küken gewesen. Wasser. So, bringen wir das hier mal kurz zurück. Autsch. Sehr interessant das Spiel, muss ich sagen. Allerdings. Ja. Gut. Ähm. Hier. So. Gab es jetzt überhaupt irgendwas an Geld? Kommt mir nicht so vor. Ähm. Ich hab da oben eine Nachricht. Wie kann ich die lesen? Ähm. Schlaube. Geräte Modus. Interagieren. Sprinten. Springen. Keine Ahnung. Hehehe. Das fetzt. So. Wir haben ein Gehege voll Schleims. Pelebot. Geil. Cool. Ähm. Geil. Ja. Oh, die fallen ja hier. Oh, die kommen ja raus. So. Ähm. Das war's aber auch schon mit der Folge hier. und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da, schreibt mir die Kommentare, ob ich eine weitere Folge bringen soll. Und ich hoffe, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Bis zum nächsten Mal.